Heute gibt's das vorletzte Stück vom Corona-Spezial. 500 Musiker aus 20 Nationen waren dabei. Darunter aus Thailand, Kolumbien, USA und Kanada. Jetzt starten wir unseren großen Weltrekordversuch. Dafür brauchen wir 1500 Musiker. Let's rock! 1, 2, 3, 4! 2, 3, 4! 2, 4! 6! 10! 1, 3, 4! 1, 4! 3, 5! 3! 5! 4! 4! 5! 5! 5! 5! Peter, Peter, Hamburg, Wolfsburg, Marburg, Niedelhausen, Frankfurt.